Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Das hier ist ein Werbevideo im Auftrag von Playmobil und Leute, heute gibt es die neuen Playmobil Dragon Sets für euch. Aber Karl, ich glaube hinter uns ist schon mächtig was los. Männer, macht euch bereit zum Angriff. Los Donnerklaue, reift sie an. Ist das Donnerklaue? Leute, werden angegriffen. Wir müssen Berg verteidigen, zu den Waffen. Oh nein, habt ihr gehört? Wir müssen unser Dorf verteidigen. Alle bereit machen. Vorsicht, der Drache kommt direkt auf uns zu. Du weißt was zu tun ist. Feuer! Feuer frei! Und jetzt das Katapult. Wir werden euer Schiff zertrümmern. Männer, wir sind getroffen. Rückzug, Rückzug. Ohne Zahn, wir haben sie besiegt. Komm, lass uns zu unseren Freunden fliegen. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Berg und Wolfsburg verteidigt. Wow! Yeay! Legt euch nie wieder mit uns an. Puh, das war ziemlich knapp, oder Nina? Das kannst du laut sagen, Kahn. Die Bewohner von Berg und ihre Drachen haben es geschafft, die Bösewichte in die Flucht zu schlagen. Und diese Dragon Sets gibt es natürlich demnächst an bei Playmobil und dann könnt ihr all das natürlich nachspielen. Wenn euch unser Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, abonnieren, kommentieren und natürlich nicht vergessen, auf das kleine Glöckchen zu drücken. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!